Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es noch weitere Squad-Brain-Challenges, Dienstag ist es kurz nach 19 Uhr und wir wollen uns heute um den frischen neuen 19 Uhr konntet ihr kümmert, zum einen haben wir da die Ida Militao SPC und um diese Wolle soll es heute hier in diesem Video gehen und zwar wieder mit dem Format lohnt sich die SPC, ja oder nein? Bevor wir in diesem Video starten, kann ich euch schon mal eins sagen und zwar um 13 Uhr ist schon wieder online gegangen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall bitte ab, supportet das Video oben rechts auf dem Video, dass das Ganze das beste Pack-Opening wahrscheinlich ever, was hier online gegangen ist seit letzter Zeit und ja, es lohnt sich auf jeden Fall extrem, wir haben 120 Mal die LaLiga Upgrade SPC abgeschlossen, insgesamt vier Team of the Seasons gezogen und es ist komplett hardcore eskaliert. Checkt das Video oben rechts auf dem Video ab oder auf dem Kanal findet ihr das Ganze, jetzt geht es um Eda Militao, da haben wir hier eine Primo SPC und ich habe das schon gesagt, wir wollen uns heute wieder im Format, lohnt sich die SPC, ja oder nein, um diese SPC kümmern, dafür findet ihr oben rechts auch wieder eine Abstimmung auf dem i mit der Frage, lohnt sich die SPC, ja oder nein? Und je nachdem, was ihr ankreuzt, könnt ihr gerne runter in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu der SPC ist. Ich will euch jetzt heute hier helfen mit der Meinungsbildung, ich werde meine Meinung euch mitteilen, ihr könnt die Gleide-Meinung haben, ihr könnt auch eine andere Meinung haben, das ist komplett irrelevant und wir gehen auf jeden Fall rein und zwar jetzt zu den Squad Building Challenge. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf euer Voting und wir schauen uns an, was Neues rausgekommen ist. Nicht nur die Eda Militao SPC, nein, sondern wir haben auch einiges anderes dazu bekommen. Zum einen haben wir also hier diese Rückblick Eda Militao SPC, da haben wir sechs Tage vorbleiben. Dann haben wir unter anderem auch noch und zwar die Bronze und Upgrade SPC ist wieder da, ja, wie sie jetzt anscheinend immer kommen, zwei Tage sind die vorbleibend. Außerdem eine neue LaLiga Challenge mit einem Prime Electrum Spieler Pack, 30 Kassel bekommen wir da zurück. Gegen 20 Euro wird eventuell auch noch ein zweiter Upload kommen, bin ich mir jetzt noch nicht genau sicher. Falls ihr reinschreiben wollt und was ihr dann gegen 20 Euro sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn heute ist einiges, einiges Neues an Content gekommen. Nicht nur das, sondern wir haben auch diese Rückblick Eda Militao Premium SPC für immer verbleibend und wir haben zwei neue Ligen SPCs und zwar die Pro League und die Liga BBVA aus der mexikanischen Liga. Also richtig geil, zwei neue Ligen SPCs habe ich jetzt persönlich nicht mitgerechnet. Bevor wir reinstanden ins Video, so in Bezug auf Eda Militao könnt ihr schon mal gerne das Video Support mit einem Daumen nach oben. 300 Likes geben wir auf die AC raus, ihr wisst Bescheid. Support ist kein Mord, also lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Wir kennen diese Premium SPCs ja schon von Alonso, ja, als das Premier League Team auch zu sehen draußen war. Jetzt haben wir Eda Militao am Start und falls ihr generell keinen weiteren SPC-Content oder natürlich auch Pack Openings nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne auf kostenfreie Basis ein Abo da auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten. Gerne die Glocke aktivieren, so verpasst ihr keinen weiteren Content. Also, wir haben ja die Marcos Alonso SPC gehabt jetzt vor ein paar Tagen. Jetzt das aus der La Liga Santa Dei. Ich denke, das kommt jetzt natürlich zu jedem Liga Team of the Season, was rauskommt. Jetzt haben wir hier wieder zwei Militao Karten. Einmal eine 87er Karte und einmal eine 90er Karte. Ich habe das schon letztes Mal gesagt, dass ich finde, dass sie es eigentlich falsch rum gemacht haben, EA. Und zwar folgendes, diese bessere Eda Militao Karte, die 90er, die ist ohne Time, ohne Zeitlimit und die in Anführungsstrichen schlechtere ist, für sechs Tage vorbleibend. Ich weiß nicht, warum das, ich meiner Meinung nach ist das doch dann theoretisch falsch rum, oder wie seht ihr das? Könnt ihr gerne auch mal eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Ich habe mir noch nichts angeguckt von den beiden Karten, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Also, wir sehen auch immer zwei Segmente schon mal zum Abschließen hier und drei Segmente, nur ein Segment mehr bei der Rückblick in der Militao Premium SPC. 90er geradete Karte im Vergleich zu der 87er geradete Karte. Wir springen natürlich gleich noch rüber zu Footbin, vergleichen die beiden Sachen und gucken uns auch noch die Squads etc. pp. an. Da wisst ihr natürlich Bescheid, ist sowieso immer der Fall. Auf jeden Fall bekommt er auf jeden Fall schon mal diesen Rückblick in Bezug auf seine Team-of-the-Season-Karte in Foot19. Wissen wir das auf jeden Fall auch schon mal. Die große, große Frage ist nur, wie sieht der gute Mann aus? Wir wissen ja, er hat eine Live-Karte aus der UCL. Ich glaube, die war 86er geradet. Wenn ich nicht falsch liege, gucken wir uns gleich auch noch mal bei Footbin an. Auf jeden Fall bringt er mit, mittelhoch seine Arbeitsraten. 1,86 ist groß, das ist ja bei beiden Karten gleich. Zwei Sterne, zwei Sterne auch identisch. Dann natürlich den Brasilien-Link, der ist top. Kommt auf die positive Seite. Positiv auch, La Liga Santa, der Spieler. Real Madrid-Link, also Link-mäßig bringt er natürlich einiges mit. Direkt auch die Marcelo-Karte, die eine, das ist natürlich dann direkt der Perfect-Link zum Beispiel. Also da gibt es natürlich einige, einige Möglichkeiten. In Bezug auf seine Attribut-Details sehen wir auf jeden Fall tempomäßig, da gibt es keine weirde Aufteilung. Wie wir das gestern zum Beispiel teilweise hatten, Tempo. 84, Antritt 82, Sprintgeschwindigkeit 85, top. Flanken ist bei 84, auch das hier und da eventuell wichtig, je nachdem, wo ihr denn spielen wollt. Ihr könnt ja auch als Außenverteidiger eventuell spielen. Dann haben wir einen kurzen Pass und einen langen Pass, den natürlich noch besser werden können. Reaktionswert für den Innenverteidiger auch sehr, sehr wichtig. Und bei 90, dann haben wir Defensive sehr ausgeglichen und die Physis, nice. Sehr, sehr nice. Das sind so die wichtigen Key-Stats eines Verteidigers und die sieht auf jeden Fall schon mal top aus. Aber die Frage ist, ob sich das lohnt. Und zwei Segmente, wie das noch zum Abschließen, zur 90er-Karte können wir schon mal sagen. Klar, Attribut-mäßig bringt das Gleiche mit. Arbeitsraten, Größe, Spezialbewegungen und schwacher Fuß. Link-mäßig eventuell genau das Gleiche. Oh, und plus 6 auf die Reaktion. Ausdauer natürlich auch nochmal geiler. Defensive logischerweise auch nochmal geiler. Flankenwert auch nochmal ordentlich hochgeboostet, genauso wie der Tempo-Boost. So, und jetzt stellt sich für mich die Frage, in Bezug auf den Sinn dieser beiden Squad-Bendit-Challenges, warum soll ich jetzt auf diese Squad-Bendit-Challenge einmal hingehen, wenn ich für diese, für die bessere Karte von Elevali Tower, einfach sowieso mehr Zeit habe. Und das ist die Frage, die ich mir einfach hier stelle und was sich EA dabei denkt. Das würde ich gerne mal wissen, weil ich finde, ja, die Primo-SPC ist doch geil. Du hast immer Zeit dafür, kannst dir Zeit lassen, Woche für Woche die SPC abschließen, bis du sie halt irgendwann fertig hast, ja. Stückweise. Und insofern ist doch da überhaupt kein Problem. Okay. Gucken wir uns erstmal aber die, in Anführungsstrichen, schlechtere Karte an. Da müssen wir abgeben, ein 84er-Gradian-Squad mit dem Team-of-the-Week, 75 Team-Schmie und 87 mit 65 Team-Schmie. Also Team-Schmie ist auf jeden Fall schon mal das Ganze sehr, sehr low-rated. 84er ist low-rated mit dem Team-of-the-Week. Der Einzige, der kritisch wird, ist der 87er-Gradian-Squad. Was sagen die Packs? Seltenes Elektrom-Spieler-Pack und ein Jumbo-Primo-Gold-Pack. 15k-Sets, ja nur 30k-Sets. Hm. 45k bekommt er zurück am Pack-Wert. Nicht so das Geilste von den Packs. Da muss man ganz klar sagen, wieso wird das jetzt aus dem Fabrieten ausgeballert. Alles klar, danke dafür. Und dann haben wir noch die andere SPC. Hier sie, die Premium-SPC. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also 84er plus ein 87er. Es ist ein 86er ohne Special-Karte. Wir haben einen 86er mit Special-Karte. Und wir haben einen 88er. Hm. 70 Team-Schmie, 70 und 55. Was sagen die Packs? Einmal 35k-Set, dann ein Premium-Gold-Spieler-Pack und ein Prime-Elektrum-Spieler-Pack. Ja, also ganz ehrlich, Jungs. Dann geht einfach hier wieder mit der Premium-SPC. Ich kann mich da nur wiederholen. Das gleiche, was ich zu Marcus Alonso-SPC gesagt habe. Ich sehe den Sinn einfach nicht darin, diese 87er-Gradited-Karte abzuschließen. Die habt ihr vielleicht jetzt schneller, aber langfristig gesehen geht doch einfach auf diese Karte, oder? Wo ist das Problem? Ich check's nicht. Also der andere hat auch ein Live-Bild, der anscheinend nicht. Vielleicht haben auch beide ein Live-Bild. Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir mal gerade nach. Ne, beide. Nur der letzte hat ein Live-Bild, tatsächlich. Also interessant, das auch mal zu wissen. Aber ich würde sagen, das auf jeden Fall schon mal zu den Squad-Building-Challenges. Ja, und sonst bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wie wir rüber zu Foot-Builden. Vergleiche die beiden Karten mal. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, auf die Kommentare. Und wir aktualisieren einmal kurz die Seite. Sowohl, da haben wir es am Start. Zack, hier ist es. Flashback, Eda Militao Premium. Kostet natürlich einiges an Coins, statt jetzt anscheinend 500.000 Münzen. Aber sie ist sehr, sehr positiv. Bewertet schon mal von insgesamt 56 Leuten. 64% sagen schon mal Daumen hoch. Wir haben dann die Pro League. Das ist auch positiv, genauso wie bei der Liga MX. Dann haben wir Flashback, Eda Militao, der natürlich negativ bewertet ist. Weil, wie gesagt, ihr habt nur eine Woche Zeit. Und ich würde einfach gerne mal verstehen, den Sinn hinter. Also ich finde die Idee, die grundsätzliche Idee von EA top. Muss ich euch ganz sagen. Die finde ich top. Habe ich auch schon bei Alonso gesagt. Nur, meiner Meinung nach, würde es halt andersrum viel mehr Sinn ergeben. Weil, wenn du eine bessere Karte mit einem Zeitlimit rausballerst. Dann gibst du ja den quasi den anderen. Sagst du dann, okay, ich muss jetzt alles dafür tun. Dass ich in 7 Tagen diese bessere Karte bekomme. Weil sonst habe ich nur immer Möglichkeit, die 87er Karte zu bekommen. Also versteht ihr diesen Sinn einfach. Ihr könnt jetzt einfach ganz gespannt euch zurücklegen. Diese ablaufen lassen, diese 87er gradete Karte. Und dann hier einfach auf die Premium SPC gehen. Juckt einfach keinen. Und deshalb meine ich das. Und insofern, das haben wir schon mal dazu. Wir wollen uns aber primär auf die Premium SPC konzentrieren. Deshalb gehen wir erstmal rein. Und ihr kennt das Ganze vom Format. Und gucken uns hier die jeweiligen Möglichkeiten an, die SPC-Stand jetzt zu lösen. Man geht natürlich, und das war ja auch mein erster Tipp gewesen, mit billigen Team-of-the-Season-Karten. Da gibt es einige, die wirklich die Lowest-Rateden oder sind die preislich vom Rating her sowieso immer die günstigsten. 27.000 mit dem 84er ist nicht schlecht für den 89er, 35.000 Münster. Das ist nicht viel. Und dann müsst ihr hier eigentlich nur noch mit 84er und 85er gehen für den 86er-Rateden-Squad. Also ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr gut machbar. Und hier haben wir jetzt auch einen mit sehr, sehr Low-Rated-Spielern und dann einen High-Rated-Lewandowski. Aber der Rest ist halt einfach mega günstig. Und genauso geht das wahrscheinlich hier jetzt mit dem 88er-Rateden-Squad weiter. Genau mit dem Team-of-the-Season, mit dem billigen 26k-NCC, 88er, auch so um die 25.000 bis 30.000 Münzen, die 88er. Die sind jetzt auch frisch rausgekommen, die werden Stand jetzt immer noch gezogen. Insofern eine gute Option ist hier mit Leuten zu gehen, die gerade im Super League-Team-of-the-Season sind. Parejo, 93er-Karte für 70.000 Münzen an der Xbox. Da kannst du einfach nichts sagen. Und dann einfach Low-Rated, einfach schnell noch Spiele reinstellen und dann Abfahrt. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, günstig an dieser SPC abzuschließen. Insofern sehe ich da definitiv den Sinn hinter. Ja, und sonst wird der Preis natürlich auch noch weiter runtergehen. Ihr müsst bedenken, die SPC ist eben erst rausgekommen. Das ist der aktuelle Stand, der wirklich aktuelle Stand. Im Vergleich zur 87er-Karte haben wir also jetzt insgesamt ein Plus-6 nochmal obendrauf auf der Premium-SPC-Karte, ein Plus-3 auf Schuss. Wir sehen Plus-5 auf Passen, Plus-6 auf Dribbling, Plus-4 auf Def und ein Plus-4 auf Physis. Also ordentlich nochmal geboostet. Meiner Meinung nach auch ein Boost, der sich dann wirklich auch lohnt. In Bezug auf seine Live-Karte, die natürlich jetzt preislich wahrscheinlich ewig weit in den Keller sinkt und ist sie sogar schon die letzten Tage. 219k, jetzt ist sie noch bei 190k. Das wird definitiv so weitergehen. Ja, ich meine, wir gucken uns das kurz mal an. Dann tatsächlich der Boost gar nicht so krass. Eine 86er auf 87er-Related-Karte ist halt nur ein Plus-1 und ein Plus-2. Also da sehe ich überhaupt 0%, also diese SPC macht wirklich gar keinen Sinn, diese erste SPC, weil wir haben diese Karte, die ist travel. Die könnt ihr euch immer auf den Transfermarkt holen, dann benutzt diesen Meditao. Oder die zweite Option ist, ihr geht auf diese SPC und schließt die stückweise Woche für Woche ab. Also diese 87er-Karte macht wirklich 0,0% Sinn, diese SPC abzuschließen, wenn ihr gerade hier diesen Boost von der 86er auf die 87er-Karte seht. Also da ist wirklich, da muss ich euch auch gar nichts mehr sagen. Wenn ihr das nicht seht, dass diese SPC wirklich 0,0%, die ist im Minusbereich, minus 100% macht die keinen Sinn. Dann kann ich euch leider auch nicht mehr helfen. Also diese SPC, bitte die Finger weg von, wenn dann auf diese Premium-SPC gehen. Bitte, bitte Leute, bitte macht das. Die andere macht absolut gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, was denkt sich dabei? Ich weiß es einfach nicht. Also wirklich, ich weiß es einfach absolut nicht. Ja, und sonst wissen wir natürlich Bescheid und können das gerade machen. Wir können mal kurz gucken, was positionsmäßig denn so los ist und gehen natürlich dann in die Liga und zwar in die La Liga San Deo und gucken generell mal. Wir wissen natürlich Bescheid, wir haben jetzt einen Rafael Varane, der relativ teuer ist, einen Ramos natürlich am Start, einen Piqué und so weiter. Piqué ist halt immer das Tempo gewesen. Insofern, der nächste, der dann mit dem Tempo kommt, wäre jetzt hier in dem Fall der neue Diego Carlos. Mit 90 Tempo, sieht auch richtig, richtig geil aus. Ebenfalls bringt er den Brasilien-Link mit. Der wäre eigentlich der perfekte vergleichbare Spieler in Bezug auf Eda Melitao, weil ihr seht es hier auf der Seite, das sind eigentlich so die vier Spieler. Eins, zwei, drei, vier. Die ersten Top vier, die mit Tempo um die Ecke kommen. Und danach geht es weiter mit dem gleichen und das ist eine Varane-Karte und zwar die Headliner-Version. Und dann geht es weiter und wieder mit Varane, Eda Melitao und das sind dann die altbekannten Gesichter. Also da seht ihr, wenn einer nah dran kommt, dann diese Diego Carlos-Karte, die preislich Stand jetzt ein bisschen teurer ist als die SPC. Das wäre aber eine Tradable-Version. Falls ihr den also an Tradable im Verein habt, diese Carlos-Karte, dann würde ich euch davon, wir können was wir gerade eigentlich vergleichen, dann würde ich euch wahrscheinlich eher davon abraten, diese Premium-SPC abzuschließen, die Eda Melitao Premium-SPC, denn ihr quasi 1 zu 1 das gleiche habt. Total-Stats sind fast gleich, In-Game-Stats sind fast gleich. Wir gucken uns gerade nochmal die Attribute an. Er bringt sogar drei Sterne, vier Sterne mit im Vergleich zu ihm. 1,86 ist der gute Mann groß. Ich glaube, die sind beide gleich groß. Mittelhoch sind seine Arbeitsraten und auch hier haben wir Mittelhoch. Perfekt, also das ist der perfekte vergleichbare Spieler in Bezug darauf. Und wir können mal hier mit einem Encore gehen, mit einem Shadow. Guckt euch diese Karte mal an. 87er-Innen-Verteidiger mit einem Shadow. Sehr, sehr geile Sache. Und wir können uns auch gerade nochmal den Eda Melitao angucken mit einem Campus-Style. Das haben wir eben noch nicht gemacht. Hier ein Shadow drauf, 95er-Innen-Verteidiger und sogar ein 86er-Encore. Also Jungs, falls ihr die SPC nicht abschließen wollt, es gibt diese Carlos-Karte. Geht da gerne auch mit dieser Karte, die ist wirklich top. Die ist wirklich, wirklich top. Bringt auch den Brasilien-Link mit. Nicht den Reimer-Dritt-Link, aber er kommt aus der Liga, ist ebenfalls Brasilianer. Ja, insofern wäre das mein Tipp an euch, diese Karte euch dann zu holen. Also, das ist mein Tipp an euch. Eure Meinung jetzt gerne in die Kommentare. Ausdauer ja nicht so wichtig für einen Innenverteidiger, meiner Meinung nach. Und sonst bringt er auch alles mit hohen Reaktions-Stats und so weiter und so fort. Also, da wisst ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen in Bezug auf die Meinungbildung dieser Squad-Bilding-Challenge. Und ja, ich bin gespannt auf die Abstimmung, auf eure Kommentare. Ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen, vielleicht auch darauf antworten, je nachdem, ob eine Frage sich noch offen hält im Raum. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem ersten Video des heutigen Abends. Checkt das Video von heute Mittag ab, um 13 Uhr, das geile Pack-Opening. Zeigt das Support und auch hier gerne die 300 Likes voll machen. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Maut. Und insofern reingehauen, bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.